Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Medieval 2 Conquer the World. Ja, unser kleines, ja eigentlich grosses Reich, der Shogun, Shogun-Arts. Ja, recht erfolgreich, hoffe es geht so weiter. Wir ownen gerade diese Ming-Dynastie hier. Und dafür brauchen wir noch ein paar Truppen. Ja, wir haben schon angefangen, hier zu gehen. Aber wir müssen hier noch ein paar Soldaten ausbilden. Ja, hier gibt es leider nicht sehr viel. Gibt es hier wenigstens ein paar. Oh ja. Das bringt relativ wenig, wenn wir hier alles bilden. Die Gefahr ist zu groß, dass die Schäfe kaputt gehen, also angegriffen werden. Deshalb bilden wir einfach hier aus. Naginat. Oh, das ist recht gut. Okay. So. Hier können wir erhöhen wieder. Und hier warten wir noch eine Runde. Ich habe hier mal auf einem Magistat, die war sehr hoch eingestellt. Mein König. Sonst gibt es Rebellionen, weil keine Truppen drin sind. So. Und hier. Ja, lassen wir das sehen. So. Okay, in der ersten Runde. Ja, leider, die Finanzen sind momentan nicht gerade gut. Okay. Nichts ganz scheites. Wir müssen hier auch Truppen machen können, weil die Russen werden wahrscheinlich bald angreifen. Und hier werden wir... Ja, hier müssen wir weiter ausbilden. Also, naja, muss die Zahl, also eine bessere, wie ist die... Also, bevor wir hier mal was machen, schauen wir mal kurz die Seiten-Dinger an. Also, wir sind im Aufschwung. Und die anderen Spanien. Boah, Spanien gut. Ja, wir sind nur halb so gut momentan noch. Aber bis wir die Spanien erreichen, sind wir sicher besser. Wie ich sehe, haben die Apachen jetzt diesmal gar nichts anzuwenden. Oder aufzuwenden. Ähm, ja. Jetzt gibt es hier noch Heiliges Römisches Reich. Ist auch besser geworden, wieder. Okay, die Mongolen, die Immoliten sind immerhin nicht so gut wie das letzte Mal. Ja, mein König. Es geht weiter. Also, du bist der Kaufmann. Du musst doch hier... Ja, mein Herr. Morgen setze ich mal... Das ist zu heikel, Spanien. Die Spanien gehst dorthin und du gehst dorthin. Ja, Meister. Ich kann euch dort nicht hinführen. So. Wer ist mein Ziel? Ja, Ninja. Kann ich da hinziehen. Wie lautet euer Befehl? Ähm, wo ist die Stadt? Die muss doch hier sein. Marschiert los! Das ist hier. Edler Feind. Ihr solltet uns fürchten. Euer Wille geschehe. So. Mein Herr. Das tut gut. Das tut gut. Wir haben leider keine Leute hier. Wir haben Leute Armut. Hervorragend. Alles bereit für einen Hinterhalt. Wir werden niemals aufgeben! Ähm, hat er die Qualität? Der hat keine. Ah, das ist der Anführer. Ja, der Anführer ist natürlich der, der am meisten machen muss. Klar. Mein König? Oh je. Das bringt noch gar nichts. Boah, die haben ja etwas auf der Guckel. Wir sind nicht so dumm. Nee, die sind ausgebildet. Erst müssen wir Frieden schließen. Dann können wir handeln. Zu euren Diensten. Oh, Paul. Ich will den nicht verlieren. Ich werde bis morgen früh ruhen. Ich bin fertig für heute. Bals hat er nicht mehr da. Bals. Also, ausgebildet seid ihr. Okay. Maginat. Maginat. Also. Und der der Priester spüren. Kaufmann. Kaufmann. Und ein Diplomat. Hm. Ja, ist nicht gerade gut, was die Kaufmannen da machen. Du bist ja gar nicht ausgebildet. Ja, mein König. Ja gut, mit Geld. Kann können noch viel sein. Zu euren Diensten. Oh, cool. Mein König? Das ist geil. Also, ich denke mal, die brauchen das Geld, haben so viele Kaufmänner angebracht. Aber das nützt ihnen überhaupt nichts. Ja. Ich drücke extra die Umschalttaste und es wird nicht angenommen, dass ich losschreiben will. So. Ja, sicher. Ist der blind oder blind? Ich sorge dafür, dass sie euch fürchten. Von dem habe ich jetzt keinen Angst. Zu euren Diensten. Errichte eine Handelsroute. Einen Korn macht den Kyoto. Kornmarkt. Die Manken ist schlimm mit der Aussprache. Und jetzt hier. Eine Straße wäre ja nicht schlecht. Wir müssen Geld verdienen. Also Straße. Oder Mienenverband. Nee, das... Nee, das... Innenverband sieht nach schön viel Geld aus, aber es ist Strand, also es ist fest. Man verdient eigentlich immer gleich viel und das ist mit den grossen Städten dann nicht mehr so viel. Also würde man Straßen bauen und so, dass der Handel fließt und da Frucht mehr annimmt. Deshalb lieber Straße. Und wir machen hier eine Fruchtfolge. So. Wollen wir hier noch alles bilden? Nein, bilden wir nicht mehr. Also hier haben wir jetzt gebaut. Okay. Wie lautet euer Befehl? Die Schlacht wird... Ich sorge dafür, dass sie euch fürchten. Vergesst die Höflichkeit, Männer. Wir zeigen keine Gnade. Das war mir leicht. Sie haben nichts besseres, als den Tod verdient. Ihr Untergang ist nah. Wir haben ihre Länder erobert. Aber die momentan nicht. Ich will dann die neuen Truppen ansehen. Und hier machen wir auf hoch, weil wir müssen Eindrucken gleich wieder abziehen. Ich darf dafür keine Zeit vergeben. Mein König. 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 Wir marschieren dem Untergang unseres Feindes entgegen. Scheiße. Wir haben hier schlechte Truppen. Wenn die jetzt alles nachkämpfen haben, haben wir mit einem Schlacht keine Chance. Und automatisch verlieren sie sowieso. Wir müssen angreifen. Das ist ihr Untergang. Angriff! Ja, der ist sehr selbstbewusst. Aber ich nicht. Ich werde verlieren. Die Bombarden. Ja, die sind ja nicht sehr gut gegen Klopfen. Aber ich habe eine Idee. Ja, die sind ja so viele. Ähm, lokal. So. Die auch lokal. Okay. Ja, die helfen ja sehr, sehr viel heute. Es ist nicht gut, wenn die so innen drin... So ist besser. Die da noch. Hier hin. So, wir verlieren so... Oh Gott! Nein. Ja, wir gewinnen. So gewinnen wir. Aber so nicht. Die haben sehr viele Reiter. Da müssen wir aufpassen. Die haben sehr viele Reiter. 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 Oh, komm. Ähm... Nicht zurückziehen. Ich will... Ich will... Ja... ...